So, gleich weiter, komm. So, damit sind wir jetzt in Ungarn. Die haben sich wieder mal Späßchen erlaubt, die beiden. Das war sowohl der rumänische als auch der ungarische Kollegen. Stehen auf den gleichen Kontrollposten. Einerseits ist das zwar lustig. Aber es hat jetzt gerade trotzdem einen kleinen Augenblick gedauert. So, aber jetzt sind wir durch. Und jetzt sollten wir eigentlich auch nicht mehr kontrolliert werden. Selbst wenn wir nachher in die Slowakei einreiten. Und es sind noch 190 Kilometer zu fahren. Ein Stückchen Ungarn. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es sind. 50, 60, 70. Ich glaube, ein bisschen mehr schon. Das geht hier wieder endlos geradeaus in Ungarn. Und wenn du kaum bist über der Grenze, dann geht diese wirklich endlose geradeaus-Fahrerei wieder los. Ganz selten, dass ihr mal eine Kurve kommt. Im Dorf vielleicht mal. Aber ansonsten geht es nur stur geradeaus. Wir fragen euch, wo ich jetzt bin. Ich kann es euch nicht aussprechen. Die ungarischen Städtebezeichnungen sind für mich unaussprechlich. Deswegen muss ich es euch hier einblenden. Irgendwas mit Fehen, Gyros, Automat oder was weiß ich. So, es fällt sofort auf, dass die Bahnübergänge hier einigermaßen brauchbar gestaltet sind. Man muss nicht ganz auf einen Stillstand runter bremsen, um hier ohne Federbeinbruch rüber zu kommen. Tja, und wir haben die Uhrzeit wieder eine Stunde zurückgestellt. Wir haben jetzt also hier wieder die gleiche Uhrzeit wie in Deutschland auch. Sehr angenehm. 13.13 Uhr, während ja in Rumänien es jetzt 14.13 Uhr ist. Ja, und die Temperaturen sind auch wieder einigermaßen im erträglichen Bereich. Wir haben jetzt nur 30 Grad. Als wir letzte Woche nach Ungarn reingekommen sind, hatten wir ja 40. Aber trotzdem muss ich sagen, dass diese 40 Grad hier, also Ungarn und auch in Rumänien, sich wesentlich leichter ertragen lassen, als zum Beispiel 40 Grad zu Hause in Deutschland. Und diese Dinger hier, die siehst du hier in Ungarn so oft. Das ist unfassbar. Ich habe irgendwie den Verdacht hier, Ungarn hat sämtliche Restbestände an W50 und L60 aufgekauft. Bei sämtlichen Baustellen, wo irgendwelche Baufahrzeuge unterwegs sind, sieht man die Dinger. Und hier auf dem Land sowieso. Unglaublich. Aber es zeigt auch, wie unverwüstlich diese Dinger sind. Diese IFA-Teile. Die haben sie damals anscheinend für die Ewigkeit gebaut. Aber deswegen sind die auch pleite gegangen. Man darf nichts für die Ewigkeit bauen. Man muss zurückbauen, was nach zwei, drei Jahren kaputt geht. Damit die Leute kaum was Neues kaufen. Ja, und weil wir so blöd sind und es dann auch tun, gibt es auch nichts mehr, was lange hält. Und genau das ist der Grund. Niemand baut mehr Zeug für die Ewigkeit. Wir sind selber schuld, mir simpel. Das geht so ein kleines bisschen durch Flachland hier. Aber dennoch werden wir die Karpate nicht komplett verlassen. Denn die Hohetadra gehört ja streng genommen zum selben Gebirgszug. Das sind die Ausläufer im Nordosten. Nein, im Nordwesten. Aber wir kürzen hier so ein kleines bisschen ab. Wir fahren also nicht den ganzen Porden rum. Geht ja sowieso nicht, weil die Karpaten dort im Nordosten durch die Ukraine gehen. Aber die kommen hier wieder im Grenzgebiet Ungarn und Slowakei, kommen sie wieder raus. Und wenn wir dann morgen weiterfahren von Koshice, dann kommen wir richtig in die Hohetadra, wo es nochmal ein bisschen hoch geht. Nochmal ein bisschen bergig wird. Schaut euch mal diese Nebel hier an. Ich weiß gar nicht, ob das im Video rüberkommt. Was wir hier jetzt seit ein paar Kilometern haben, sind gigantische Mückenschwärme. Das sind richtige Nebel. Jetzt hier in der Stadt wahrscheinlich eher weniger, aber gerade eben so drauf auf dem platten Land. Alle 50, 100 Meter. Wirklich gigantische Mückennebel. Also während ja bei uns zu Hause, das kennt man ja, da sind dann so 50 bis 100 Mücken, tanzen dann so rum. Das sind hier aber immer gleich ein paar 10.000, würde ich mal sagen, auf einem Haufen. Da wird es richtig dunkel. Da denkst du schon, aus der Entfernung, da brennt es irgendwo oder es raucht irgendwo. Dabei sind das Mücken. Und da sagt noch einer, wir haben keine Insekten diesen Sommer. Das ist ja ganz klar. Die sind alle hier. So Wolle. Du weißt jetzt hoffentlich, wo man nachwählt. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Und jetzt geht es hier über die Thais, wenn ich die Schilder hier richtig deute. Das ist ein Nebenfluss der Donau und mit knapp 1.000 Kilometern Länge der zweit. Ist es der zweit oder der längste Fluss Ungarns? Naja, jedenfalls ein großer Fluss Ungarns. Er hat doch so einen Mücken Ebel durchgefahren. Er hat es gleich mindestens 20 Mal Batsch gemacht auf dem Visier da. Er hat es sehr gut aus. Er hat es nicht gut. Er hat es geht. Da ist schon wieder so ein Mückennebel. Ich muss bloß ein bisschen aufpassen, hinter mir ist schon wieder so ein elender Drängler da. Wenn mir gleich ein Arsch fährt. Wolle, ich fahre jetzt an dem vorbei. Überhol den da mal bitte, der geht mir auf den Sack da vor uns. Das eine Lichter leuchtet ständig, dass er nicht weiß, was los ist. Mir reicht schon der hinter mir, der mir fast immer auf den Arsch fährt. Vorne leuchtet auch bloß die Hälfte an ihm. Oh Mann. Oh Mann. Musik 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 Für einen harten Einsatz ist die Ghost definitiv nicht gebaut. So ein bisschen hin und her fahren, mal ein bisschen hier filmen, mal ein bisschen dort, da ist sie gut genug. Aber für sowas hier, 6000 Kilometer Europatour, das kann ich vergessen. So, wir sind übrigens in der Slowakei. Plötzlich war das Schild da, ganz unvorher gesehen. Konntet ihr jetzt leider nicht vernünftig sehen. Vielleicht hat die da unten gefilmt zu dem Zeitpunkt. Die hier ist rechtzeitig, bevor es spannend wurde, mal wieder ausgestiegen. Also was heißt ausgestiegen? Die hängt sich dann einfach auf. Die reagiert auf nichts mehr, auch nicht auf Tastendruck. Die macht dann einfach Piep und dann grüne LED, Dauerleuchten und dann reagiert sie nicht mehr, nicht mehr, auf gar nichts. Also anhalten, Klappe hinten auf, Batteriekurz rausnehmen für zwei, drei Sekunden, wieder rein, zusammenbauen und dann geht's wieder. Vielleicht für die nächsten zwei Stunden. Das ist so ein Chaotenladen, der Driftladen, der Drift Innovation, zeige bloß, dass sie nicht lachen. Da lachen ja die Hühner. Sollen lieber mal eine funktionierende Firmware für die Kamera rausbringen. So, da ist schon wieder da so ein riesen Mückenschwarm. Also Mücken, Mücken sind hier in der Gegend. Das habe ich noch nicht erlebt, so was ich noch nicht erlebt. So, gucken wir euch mal die schöne Burgruine an da. Nova heißt der Ort, glaube ich. Also heißt der natürlich nicht, der heißt Velkikamenec. Wow. Ein paar hundert Meter hinter der ungarischen Grenze. Und jetzt sind es noch 80 Kilometer bis Cusice. Cusice? Wie heißt das auf Deutsch? Kaschau? Ich glaube Kaschau. Gut, dann haben wir jetzt auch Ungarn hinter uns gelassen. Dann haben wir jetzt die Slowakei. Morgen kommt Tschechien. Und jetzt sind wir plötzlich wieder in der Heimat. Da sind wir in Deutschland übermorgen. Jetzt guckt mal hier. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber seht ihr diese Nebel da? Das sind alles Mücken. Milliarden von Mücken sind das hier. Überall. Porsche. Planen wir jetzt gerade. Und das ist die Region Tokai hier. Da kommt der berühmte Weinherr. Der Tokaier. Der hat schon da mal ich Hause gern gesoffen. Meine Güte, ist das wieder eine Ruckelpiste hier da. Zwar noch so viele Schlaglöcher wie in Rumänien, aber wellig und tiefe Spurre. Da versetzt ihr das Motorrad die ganze Zeit um 10 cm an, links und rechts. Das macht 50 km bis Kosice. Und der nächste Ort heißt, wie heißt er denn? Velanti. Velanti. So, was war jetzt der 30 da oben auf der Brücke? Hä? Hätten die da alles vergessen, oder was? Tja, eigentlich hätt's kühler werden sollen, je weiter wir nach Norden kommen, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Also, 32 Grad zeigt der andere Kerle. Oh je, oh je. Der Klimawandel, ist das bestimmt. Guck mal, ist das was oder ist das nix da? Das ist ja wieder ein geniales Panorama. Da haut sie doch schon wieder fast von die Socke da. Slatske, Nove, was? Ich hab's gar nicht so schnell lesen können. Ich hab's gar nicht so schnell lesen können. Tja, das sind auch so Dörfler da. Aber wie überall die Mücken. Bin ja mal gespannt, ob man das hinterher im Video sieht. Ich sehe es jedenfalls ganz deutlich, die Schwärme. Und es geht bergauf. Noch 30 Kilometer. Dann bin ich mal gespannt, was wir da wieder gebucht haben. Für den Laden. So, Kaschau ist in Sicht. Vorschütze. Ich glaub doch, dass es das ist. Aber was soll das sonst sein? Wir werden es jedenfalls erleben. Ist ja nicht mehr lang. Und dann ist der heutige Tag geschafft. Tja, der bitch. Tschüss ist die Tja, der控場